Auf NEZ 25 hier in Kiel. Hi Leute. Okay, Grand Finals. SDN vs. Weigel McSweigel. Okay, mal gucken. Weigel hat gerade schon gegen Smash Match zweimal gespielt und jetzt gegen SDN auch das Rematch. Hier war eine gute... Oh, da ist Smash. Oh, da ist Smash. Da geht er einfach rein. Das verstehe ich nicht bei SDN, dass sowas immer so easy trippt. Check's nicht. Check's auch nicht, Mann. Der ist einfach crazy. Das ist dieser AI. Oh, nooo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt hier Dose kassiert, okay. Dann weißt du, bis ich den Saug ist. Ja, ja. Besteht mir den Stock... Ja, okay, das Game ist eigentlich schon durch. Oh, ne, will ich noch nicht sagen. Guck mal, wenn er jetzt den Film holt, dann ist alles füße. Wenn er sich den unter 100% holt, dann ist noch was drin. Und da ist er. Und da ist er. Da ist er. Es kann doch mal los gegen ihn. Es kann doch mal los gegen ihn. Jetzt schauen wir uns mal an, was Beigeln aus dem Spiel. Also muss hier eine Beißel-Kombo machen. Heiß. Und da hat die Dose vielleicht gesehen. So, der Beigel-Kombo. Wui. Oh, nice. Grab. Wirklich heftig. Das war schon sane. Ja. Oh, aber kein Panic-Air-Dodge. Sehr gut. Da hätte ich hier Air-Dodged. Kroos, raus. Hm. Ja, ich hätte es selbst nicht Air-Dodged. Ja, das glaube ich auch. Oh, das macht er auch nichts. Oh! Oh, die... Die Exception durch den Dosen mit. Das macht er neu. Hat er studiert. Hat er studiert. Das war so crazy. Das ist eine gute Idee gewesen. Weißt du, der hat sich irgendwie was überlegt gegen Beißel? Weil das... Das hatte... Also ich sehe das zum ersten Mal, dass es vor dir gegeben hat. Boah, das war verrückt. Ja, genau. Nicht die gute Idee, weil er weiß... Er Beißel hat eigentlich immer mit der Dose hochgehend Recovered. Und das ist einfach... Boah. Boah. Da ist die Exception noch zu machen. Ja, aber die sind Pressure an. Er lächelt. Er lächelt. Okay, okay. Aber diesmal die Dose geht. Oh, oh, oh. Äh. Ne, das Game... Dann muss ich aufs nächste jetzt fokussieren. Jetzt noch ein bisschen so trollen, molen. Warte, kurze Zeit. Oh, die SDN. Oh, das war's ja. Und... Boah. Alter. 1 0 for SDN. Boah, das war schon schwierig. Beide lachen sich genüsslich einen ab. Ich verstehe das nicht. Das ist hier ernst. Das ist doch ernst. Das ist richtig ernst. Ich weiß nicht, warum die so lachen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Warum lachen die? Weiß ich nicht. Hä? Heftige Kamera, Digga. Haben wir nicht noch eine zweite irgendwie, wo man so umschalten kann? Was labert der da? Das war auch letztes Mal, dass man so umschalten konnte. Das war noch letztes Mal. Weißt du? Das war noch letztes Mal. Ja, das war doch, oder? Ach komm jetzt. Aber schauen wir mal. Die reicht auch. 4K-Kamera reicht auch. Wollte grad sagen. Lies nicht, wie... Alter, wie das aussieht wegen dir. Warum wegen mir? Nur weil du das sabberst? 2K. 2K. 3K. 3K. Schöne Becker. Ah, okay. Dose. Aber beißen macht jetzt Druck hier. War knapp. War knapp. Oh, okay. War gefährlich, gefährlich. Oh. 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 Ich hab einen auf den Deckel bekommen. Das ist alles halb so wild. Alles ist immer noch sehr normal. Das geht eigentlich. Ist natürlich immer ekel. Egal, wer von den beiden Stocklead hat. Boah, Stocklead. Das ist immer ekel. Oh, einfach fies. Weißt du, was aber das Ding ist? Ja. Verstehst du das? Weißt du? Zweimal. Deswegen muss der sich dieses Game holen. Weil sonst wird das ganz schwierig. Sonst wird es schwierig. Sonst muss er nämlich noch 5, 6 Games geben. Er kriegt den Stock von STN nicht. Ein Witz. Oh. Nichts getroffen. STN krank, was das angeht. Wirklich. Diese Feinheiten. Diese... Diese... Ja. Okay, 203 Prozent. Kann man aber schnell. Ja, der war gut. Und der Parry? 90 Prozent aber schon. Da muss er jetzt echt was machen. Boah. Eine nice, weisse Combo. Ja. Dann könnte er das auch geben. Oh, SDS Positioning. Aber auch so scary, Digga. Immer so in der Central Stage und so. Oh. Das ist ja echt auch gut. Aber weiß, der baut sich hier eine Wall auf. Versuch noch mal ein bisschen Damage zu machen. Ja, das hat er gut gemacht. Muss er machen. Ne, ich glaub noch nicht. Ne, ne. Oha. Oha. Aber das würde ich ganz knapp hier. Ohohohohoho. Oha. Japp, japp, japp. Japp, japp, japp. Oh nein, nein, nein. Jetzt darf er nicht machen. Jetzt darf er nicht machen. Oha. Oha. Okay, okay, okay. Und kippt irgendwas. Oha. Oha. Sauber geht er da schon. Wie er da reingegangen ist. Und direkt wieder Center Rage. Oha. Die Backair. Digga, das hat er so gut gemacht gerade. Direkt wieder Stage Control. Oha. Oha. Und ab Smash. Oha. Hashtag. Und jetzt kommt hier. Oh, die Dose leider nicht gehittet. Leider ein bisschen misplaced. Aber was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Oh, jetzt muss er aber hier was überlegen. Oha. 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 Äftel tut auch so weh. Irgendwie gerade gespielt. 3-1, ne. Oha. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Fast tot. Das ist crazy. Ui. Und Wheel of Ike jetzt mit Rage auch. Oha. Die Nair. Oh, die Nair killed. Abhör, oder? Ich weiß nicht. Crazy. I fight for my friends. I fight for my friends. I fight for my friends. Bers. Ja. Was ist da los? Was kann man machen? Was kann man machen? Was kann man machen? Kann man nichts viel machen. Nichts viel machen. Das ist hart. Guck mal, Digga, wie du aussiehst, Digga. Wie so Zahnstoffe, Digga. Was denn, Digga? Wie du aussiehst, Digga. Zehn mal weiter. Zahnstoffe. Wir sehen uns hier bei den 2-0. Auf! Weiter geht's. Bälle fehlt wieder wie Boss-Battle. Boah, super Smash-Brunch, bro. Okay, 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 okay. Boah, fies in die Dose gewonnen. Einfach mal in der. Einfach mal rein. Und der trifft, weißt du, das ist so weird. Das heißt, der ändert auch als 8. Ich don't check it, Digga. Gott, was wirklich? Ich dachte, ich auswählte. Wadafuckin. Schöne Stoner. Schöne Stag. Beim ersten Stock ist immer so... Das wird sich evil, ne? Dann ist aber so, wer den ersten holt, dann ist das schon... Nice, grab. Crazy. Crazy, okay. Okay, ja, ja. Quack, 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 tisch. Okay, schöner Grab. Good, no, hey, no. Ja, oh, das war's. Oh, ja, das war's echt, Alter. Vielleicht ein bisschen zu sehr... Oh mein Gott. Das ist damage, das ist sehr viel damage hier. Oh mein Gott. SDN ist auf dem besten Weg, sich diesen Pokal hier einzustellen. Das ist crazy. Oh. Das ist crazy. Das spielt nur offensiv-defensiv, ne? Verstehst du, was du meinst? Verstehst du, ja. Oh. Wieder Hit zu weh von Heik. Gerade hier vor der Back-Ear. Näher zu Back-Ear. Das war's. Ja. Okay. Okay. So sahen die Games bis jetzt IMMER aus. Boah, unfass der Kling. Boah, oh, 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 oh. Ja, oh. Keine Chance, Alter. Das ist crazy. Echt seit heute. Ich zieh das zum ersten Mal. Ich zieh das auch heute zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was kannst du da machen? Gar nichts. Du musst nicht wirklich das machen. Dose lag auch draußen. Wolltest du mal Dose schon mal rausholen? Mhm. Das hilft. Aber wo sie da liegt, dann ist es schon eine gute Option hier. Ja. Ja. Möchtest du das nochmal erklären, oder? Okay, okay, okay. Offstage. Ike ist offstage. Und kommt. Aber leicht. Raus. 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 Wollopwollopwollop. X-Fest. Leider auch nichts bringen. Leider nichts bringen. Schatten, der ja. X-DN. Jetzt wird er sich hier die Sky zu 0 holen. Boah, crazy. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus gut. Und der S-Fash. Und der S-Fash. Auch der wird es noch nichts tun. Wow. Wow. Aber es ist nicht connected. Jetzt muss er hier den Kill holen. Sonst ist das aus für Beigel de Meigel. Oh, Mann, auch nicht tot. Und X-DN kann das Ding in einem 3 holen. Jetzt soll er den Sack mal holen. Jetzt soll er nochmal Schwan fern hier. Vielleicht holen wir mal 69. Jetzt muss aber echt was passieren. Jetzt muss das passieren. Schwer da auf den Kopf. 3, Schwer da auf den Kopf. Oh, ja. Nee, nee. Das ist ja noch wunderbar. Cool. Okay. Schon mal jetzt gut wieder auf die Stage gekommen. Wie auch immer er das geschafft hat. Oh. Ich hab mich ja schon wieder gesehen. Jab, jab, jab. Eine sehr, sehr prinzliche Situation. Das war's. Und das war's. S-DN hat sich das 3 zu 0 geholt gegen Beigel-Budda-Maxweigel. Hat er sich geholt. Hat er sich geholt. Fertig nice gespielt hier. Nice gespielt. Richtig nice. Nice gemacht. Nice gemacht. Nice gemacht da hinten. Richtig nice gemacht. Richtig gut gemacht da hinten. Richtig gut gemacht da hinten. Gut gespielt. Richtig gut. Toll gespielt. Toll gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Leute, das war so ein solides Play. So solide gespielt von S-DN, Digga. Also wohlfühlt. 3-0. Crazy. 3-0. Immer Central Stage. Alles gecovert, Digga. Kann man nichts sagen. Nee. Kann man nichts sagen. Kann man nichts machen. Da hat er der Darkman heute überhaupt keine Chance gehabt. Das war crazy, Leute. Keine Chance. Keine Chance. Wirklich keine Chance. Guck mal. Wie ihn alles Beigel weggemacht hat. Allein heute. Zweimal gegen Splash-Match gewonnen. Ja. Gegen S-DN zwei Sets verloren. Das zweite jetzt hier nochmal so. Brutal. Brutal. Ja. Das ist crazy. Keine Chance gehabt. Wirklich. Ja, keine Chance. Sehr, sehr verrückt. So. Meine Damen und Herren. Wir gehen uns jetzt nochmal richtig abschwitzen hier und zocken nochmal bis 10 Uhr nachts. 10 Uhr nachts, Digga. Ja, auf jeden Fall totwarm hier, aber jetzt nochmal ordentlich reinschwitzen. Ah ja.